Musik Hallo und herzlich willkommen bei Schnee gut und günstig. Heute machen wir eine Zucchini Mozzarella Pfanne. Dafür geben wir zunächst mal die Butter in die Pfanne und schneiden die Zucchini in kleine Stücke. Diese geben wir dann in die geschmolzene Butter hinein und braten die Stücke an. Währenddessen können wir schon mal die Cocktailtomaten vierteln. Dann nehmen wir den Mozzarella aus der Packung und schneiden ihn ebenfalls in kleine Würfel. Die Zucchini würzen wir dann mit Salz und Pfeffer und rühren sie gut um. Dann geben wir ein Ei hinein und rühren das ebenfalls gut hinein. Zuletzt geben wir dann noch den Mozzarella in die Pfanne und lassen ihn kurz mit erhitzen. Dann das ganze auf einen Teller geben, die Cocktailtomaten darüber geben. Dann noch ein klein wenig Basilikum darüber streuen. Und fertig ist unser leckeres Low Carb Gericht. Guten Appetit und natürlich nicht vergessen, Liken, Teilen und Abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.